Hallo liebe Wanderfreunde, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin leider heute alleine unterwegs und zwar gehe ich heute den Mühlenpfad bei Fürth. Diese Wanderung hat etwa 11 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann bleibt dran. Kommo ihr. Ja. Ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.